Hallo! Es kommt ein neues Video von mir und zwar mache ich heute den Sunday Share the Love. Ja, ähm, mein Face of the Day ist heute total nackerlich, also nicht wundern, ne? Ähm, ja, ich empfehle heute vier YouTube-Kanäle, die ich sehr, sehr toll finde und die es echt verdient haben, Abonnenten zu bekommen und anzuschauen. Ja, da fangen wir mal an mit dem ersten. Das wäre der liebe Marc. Der Marc heißt auf YouTube da Hairstyler. Ich verlinke euch alle Kanäle unten in die Infobox und schreibe die hier irgendwo an die Seite. Und ja, der liebe Marc ist, ähm, Friseur und seine Videos gehen, ja, hauptsächlich um Frisuren und alles so rund um Thema Haare. Er macht aber auch so ein bisschen Technik-Sachen, habe ich schon gesehen. Und, ähm, Tags beantwortet er. Ja, der Marc ist eine richtig coole Socke. Ich twitter mit ihm auch oft. Ähm, er ist auch immer bei meinem Blog-TV dabei und super, super dufte. Verstehen uns total gut und, ähm, er, also es lohnt sich echt auf seinen Kanal zu gehen, auf jeden Fall. Er gibt auch gerne Tipps, was Haarstyling oder Haarpflegeprodukte oder, äh, alles rund um Haare. Da ist er immer offen und ihr könnt ihn fragen. Und, ja, der nächste ist der liebe Tommy. Der Tommy. Äh, Tua Lingling ist sein YouTube-Kanal. Ähm, ich habe den, ich gucke gerade die Kamera hier. Ich habe ihn am Mittwoch, also habe ich seinen Kanal entdeckt. Und ich habe am Mittwoch alle seine Videos angeguckt. Er macht halt viele Parodien. Zum Beispiel die Glossy Box macht eine Parodie. Oder Megahall bei Aldi und Lidl oder so. Ich habe, ich habe noch nie so über YouTube-Videos gelacht wie von Tommy. Wirklich, das, das ging gar nicht mehr. Ich habe sämtliche Videos, ähm, bei Twitter gepostet und so. Und, nee, wirklich, also guckt bei Tua Lingling. Er ist einfach die Granate. Und er kommt aus Hannover. Also lebt im Moment in, in Dublin. Aber er kommt eigentlich aus Hannover. Und das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Ja, also Tua Lingling abonnieren. Dann die nächste ist, ähm, die Pachu XX. Auch eine ganz, ganz süße aus Hannover. Ähm, sie hat mich mal bei Facebook angeschrieben. Und seitdem haben wir Kontakt hin und her. Ich gucke ihre Videos, sie sind total süß. Und ich werde mich auch demnächst mal mit ihr treffen auf einen Kaffee. Und sie macht auch so Videos über Kosmetik. Und ist halt ein total süßer. Und lohnt sich auch, bei ihr vorbeizuschauen. Auf jeden Fall. Dann meine letzte Empfehlung ist die Bild, 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 hübsche Dynamite Beauty 89. Sie ist hübsch. Einfach nur total hübsch. Ich habe sie in Düsseldorf persönlich kennengelernt. Auf dem YouTube-Treff. Und in der Natur noch hübscher, wirklich. Also sie ist so bildhübsch. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wirklich. Ähm, sie macht auch Videos über Kosmetik, Beauty und so. Was halt das Frauenherz begehrt. Und schaut mal wirklich bei ihr vorbei. Sie ist total süß. Und, ähm, ja. Das wären jetzt so meine vier Empfehlungen. Alle vier, ne, Daumen hoch. Und die lohnen sich wirklich auf jeden Fall. Schaut vorbei. Und, ähm, schreibt auch einen Kommentar auf dem Profil, das ich sehr empfohlen habe. Das würde mich auch sehr freuen. Und, ja, dann würde ich mal sagen, einen schönen Sonntag. Und das war jetzt das Wort zum Sonntag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.